Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oh, mal zockt. Banished So, letzte Folge ist ja gerade das Coaching-In fertig geworden Können wir das da rüberschieben Und es ist noch ein Händler gekommen Fullsuit warm Scheiß brauchen wir eigentlich nicht Nö, brauchen wir nicht Haben wir genug von Kann es wieder gehen Dich wollen wir nicht So, können wir hier mal ordentlich runter gehen Und jetzt Richten wir hier Oh, hier ist gerade ein Country House fertig geworden Oder war es schon fertig? Habe ich das nur nicht gesehen Da komme ich nicht ran So, neue Felder Für das hiesige Volk Wie gesagt, das Mehl können wir im Moment alles nicht verarbeiten Deswegen lassen wir das im Moment bleiben Und werden dann Oh shit Werden dann halt für die nächste Saison Weil jetzt wird ja schon angepflanzt Also fürs nächste Jahr Ich denke mal so lange sollte man auch mit unseren Vorräten auskommen Die kompletten Felder hier einstellen Und die drei hier weg machen Und dann soll das passen eigentlich Das ging nicht So, genau Schon mal über herunter stellen Noch eins Passt Das heißt Zwei Vier Sechs Sechs So, wir nehmen uns jetzt Immer nur die vor Wo wir schon Eine Dreierreihe haben Nee Wir machen Wir machen komplett So, stopp Der hier oben noch Der hier noch Oh, falsch rum Der noch Der noch Und die hatten wir schon Genau Also Drei Sechs Neun Nee Sechs Zwölf Achtzehn Vierundzwanzig Neue Felder Für das Diesige Volk So Und die vier Müssen wir noch einstellen Zwei neue Bauarbeiter Coaching Coaching Und noch ein Coaching Ist fertig geworden Diesen Ah quatsch Neue Teile hier Geräte Und sowas Kopf Fehl Du auf eins runter Haben wir jetzt natürlich wieder mal ein paar mehr Fenster hier offen, aber es wird langweilig schwierig hier So Country House ist fertig geworden Können wir hier Weiter abziehen Das Coaching Inn ist soeben fertig geworden Können wir sogar noch weiter runter gehen Du hast schon genug Du hast Ne Du hast noch nicht genug So Wir sind im Early Spring Haben Nur noch Elftaus Es ist gar nicht so extrem viel runter gegangen Um 3000 gesunken Das heißt 30 neue Leute In etwa Wir sind jetzt bei 936 Wobei der Deadpunkt hier unten ist Müssen wir mal gucken wo der Deadpunkt hier unten ist Die Tools haben wir auch genug auf Lager Die Klamotten haben wir auch genug auf Lager Also Cloth ist bei uns eigentlich jeder So Kopf Fielt Auf Eins Kopf Fielt Auf Eins Das Verabziehen So Hier Um Hier Worum geht es nicht so weit ich voran Obwohl hier Alle hinrennen So 3 Eins ist im Bauer Dafür noch 3 Dafür noch 8 Das Kopf Jetzt ist fertig Gehen wir dort noch 1 runter Können wir dort zurück Schrauben Auf 9 Und das hier Bereiten wir auch schon mal vor Das funktioniert dort auch nicht Da funktioniert es aber Da funktioniert es auch Da funktioniert es auch Und dementsprechend funktioniert es natürlich auch Ich muss noch bis nach Ah Moment Nein war schon richtig Da hoch Das werden die neuen Jobs für unsere ganzen Leute Wir haben jetzt ja doch einiges übrig hier Oh Was habe ich da für Mist gebaut Wohl ein bisschen zu früh losgelassen Also mal Da habe ich jetzt doch auch einen Fehler gemacht Oder Ja Ich will nur den weg haben Nein Bauen So Das nächste Country House ist fertig Du bist fertig Hallo Ne Wir gehen mal hier wieder auf 10 hoch Dass dann auch die Links hier gebaut werden Das heißt dann haben wir hier wieder Häuser Hier kommt alles voll mit Feldern Oben drüber kommen Häuser Da kommen Häuser hin Da kommen dann für nächste Saison Neue Sachen hin Der hier muss weg Und wisst ihr was Dann bereiten wir Damit wir was zu tun haben Hier auch schon mal alles vor So Den 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 So Auf der Seite müssen wir dann nur denken, dass wir hier noch die Arbeiter unterstellen müssen, aber das werden wir spätestens dann sehen beim Einstellen. So, ganz viele Felder. Mist, nicht gut. Nahrung. Feld, Feld. Weil das sind dann die Farmer. Boah, von der ganze Zeit im Maus ziehen. Da kriegt man Sehnscheinentzündung hier. Uiuiuiuiui. So, aber wir haben es ja gleich geschafft. So, also. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. 54, 60, 66. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das ist sehr gut. So, wir gucken mal auf die Uhrzeit. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Wir brauchen mehr Bauarbeiter. Für was auch immer. Achso, ja klar. Abreißen. Entfernen, 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 entfernen. Und Holz ist immer noch auf einem extrem tiefen Niveau. Obwohl jetzt hier oben das ganz schön vorangeht. Und vor allem, wir sind jetzt auch hier oben am Berg. Kann man Tunnel über Kreuz bauen. Kann man nicht so wirklich, ne? Miene, 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 Miene. Ah, Miene, 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 Miene. Nein. Hier doch eigentlich. Prairie. Miene. Das heißt, wir bauen jetzt hier tatsächlich. Ah, Mist. Da geht er nicht. Da geht er nicht. Da würde er hin gehen. Kriegen wir dann da noch eine Miene rein. Schnell gucken, bevor die anfangen zu bauen. Und da würden wir noch eine rein bekommen. Machen wir mal die Straßen weg. Und zwar die Nacht dort. Die Nacht dort und diese hier. So, Miene, 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 Miene. Okay, dort geht auch keiner mehr rein. Das heißt, wir könnten hier den Tunnel machen wir wieder weg. Den Weg machen wir hier wieder weg. Und gehen hier an die Mitte ran. Kriegen wir vielleicht hier noch. Ne, wir müssen einmal da rüber. So hin. Bauen dort ein Country aus. Wir müssen noch einen weiter höher, wenn es möglich wäre. Wäre ich hier sogar noch möglich. Kriegen wir dann hier noch den Tunnel rein? Kriegen wir noch. Gut, dann halt hier noch ein Country aus hin. So, dann dürften wir theoretisch. Ansonsten wird es schwierig. Da noch eine Miene rein bekommen. Sehr schön. Ne, auf den Weg verzichten wir. Und das wäre natürlich jetzt übel geil. Wenn wir jetzt hier noch ein Central Market rein kriegen würden. Ne, aber. Den Platz machen wir uns. So. Und hier setzen wir es in Central Market rein. Dann. Da ein Weg kann noch rein. Da ein Weg noch rein. Und wenn wir jetzt hier noch ein paar Häuser reinkriegen, wäre es natürlich noch perfekt. jawoll ja das ist natürlich jetzt geil geworden so hier das feld noch ein dann haben wir das und dann bin ich zufrieden aber das gefällt mir richtig hinten aber die folge schwer vorbei damit ist diese aufnahme ist vorbei ich freue mich auf eure kommentare würde mich freuen wir uns nicht mit ihr einschaltet wenn es heißt opa zockt banished ich bin raus ciao